Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen hier einmal bei dem Opel Astra J Baujahr 2009 den Service zurücksetzen, weil wir hier den Service gemacht haben. Das ist ein separates Video. Und ja, das andere Video ist unten in der Infobox. Und ich würde sagen, los geht's. So, wie setzen wir bei dem den Service zurück? Wir machen einmal Tür zu, Zündung an. Wir gehen hier einmal auf die Menü-Taste und drehen hier an dem Rädchen, also das Menü. So. Bis wir auf Reset Lebensdauer kommen. Und dann drücken wir hier hinten, da, auf die Taste, auf Set und Clear, CLR. Halten das gedrückt. So, drehen jetzt einmal mit dem Rädchen hier nach oben, drücken nochmal auf diese Taste. So. Und dann sehen wir, wie das wieder auf 100% hoch springt. Ja, und somit, einmal auf Menü drücken, kann man sich wieder einstellen, was man haben möchte. Geschwindigkeit wahrscheinlich. Ja, und so einfach kann man bei dem Opel Astra Service zurücksetzen. Ja, Leute, und so einfach kann man den Service bei dem Opel zurücksetzen. Schnell, kurzes Video. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, alles unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.